Hallo, ich bin Elie Jenix und das ist der 29. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Vielleicht haben es die einen oder anderen von euch mitbekommen, ich habe tatsächlich schon länger keinen Part mehr dieses Let's Plays aufgenommen. Das lag ganz einfach daran, dass ich zuerst krank war, dann hatte ich Stress, weil ich krank war und dann war auch noch mein Stream-Event. Aber jetzt sind wir endlich wieder zurück bei Iana und all den anderen Werwölfen. Im letzten Part waren wir ja mit unserer kleinen oder mittlerweile eigentlich eher schon großen Coriah Yuna beim Abschlussball und sie ist ihrem Boy endlich näher gekommen. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie die Geschichte zwischen den beiden weitergeht. Aber dann hätte ich gesagt, ich rede jetzt nicht länger herum und wir starten gleich mal in den Part hinein. Eigentlich wollte ich den Part an dieser Stelle noch überhaupt nicht starten, aber wir haben gerade leider einen sehr traurigen Anruf bekommen. Hallo Iana, ich rufe dich an, um dir mitzuteilen, dass Jason Hemming von uns gegangen ist. Mein aufrichtiges Beileid zu deinem Verlust. Also Ianas Vater ist gerade tatsächlich gestorben. Hier haben wir ihn, Jason Hemming, ableben durch Altersschwäche. Und ihre Mutter, also unsere Aluna, die ist mittlerweile leider auch schon eine Seniorin. Ja, wie gesagt, ich wollte den Part an dieser Stelle jetzt noch gar nicht starten und ich hatte eigentlich sehr viele andere Dinge heute geplant. Aber ich glaube, bevor wir irgendetwas anderes machen, wird Iana jetzt morgen in der Früh mal ihre Mutter besuchen und einfach schauen, wie es ihr geht. Und sie ist jetzt so wütend, dass sie den Teddy ihrer Kinder anbrüllt. Ja, natürlich ist sie eigentlich deshalb nur wütend, weil sie ein Werwolf ist und die Trauer ist tatsächlich dahinter. Wie könnte es anders sein? Wer hat den Computer kaputt gemacht? Wir werden ihn einfach ersetzen, denn Iana muss sich leider auch um ihre Uni kümmern. Wobei, vielleicht sollte sie zuerst mit ihren Kindern sprechen. Also der kleine Danny, der weint nämlich tatsächlich. Nein, der weint gar nicht. Hä? Alaska weint. Oh nein. Ja gut, dann wird Iana jetzt mal zu ihrer Tochter gehen und wir werden versuchen, sie zu trösten. Wir sagen ihr einmal, das wird schon werden. Und dann werden wir sie um Rat bitten. Das ist jetzt vielleicht ein wenig untypisch, aber wir wissen ja alle, Iana ist vielleicht nicht so die beste Mutter. Also sie bemüht sich meistens zwar schon, aber naja, bis jetzt waren ihre Erziehungsfähigkeiten ja nicht so gut. Ich meine, ich glaube, sie hat schon, genau, sie hat schon Erziehungslevel 8, aber sie und Kinder, das ist trotzdem noch immer so ein bisschen eine Sache. Ja, und jetzt sitzen die beiden da am Bett und jetzt weint Iana tatsächlich und Alaska versucht, sie zu trösten. Und natürlich ist Alaska auch total überfordert. Sie ist immerhin nur ein Kind und sie versteht in Wahrheit gar nicht, warum soll ich jetzt meine Mutter trösten? Ich bin doch das Kind in der Situation. Aber wie gesagt, Iana kann das alles eben nicht so gut. Und jetzt weint auch noch der kleine Danny. Oh nein. Ja, ich glaube, da wird sich jetzt aber Alaska drum kümmern. Stell dich mal daher. Wir warten, bis dein Bruder wiederkommt und Iana wird in der Zwischenzeit etwas für die Uni machen. Wie gesagt, das ist jetzt alles ein wenig untypisch und normalerweise würde ich das auch nicht so spielen. Aber ja, ich finde, es passt eben am besten so zu dieser Familie. Und Alaska wird ja unser Schneewittchen. Also sie wird ja sehr vernünftig und kümmert sich immer gern um andere. Das heißt, ich finde, es passt jetzt auch sehr gut, dass sie jetzt einmal mit ihrem Bruder über die traurige Stimmung redet und einfach sagt, ja, ich weiß, Opa ist jetzt leider nicht mehr da. Aber das wird schon wieder werden. Irgendwie werden wir das schaffen. Ganz, ganz sicher. Ich verspreche dir das. Iana, könntest du jetzt bitte was für die Uni machen? Danke. Dann wird sie ihn einmal wegen Ableben trösten. Und dann wird sie ihn einfach mal liebevoll umarmen und sagen, alles wird wieder gut. Ich verspreche es dir. Zumindest haben wir noch einander. Ja, Lilly hat tatsächlich von der Arbeit etwas mitgehen lassen. Okay. Lilly, geh einfach mal ins Bett. Tja. Schön, finde ich großartig. Und irgendwie flippen gerade alle Kinder aus. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde, in diesem Haushalt sind übrigens zu viele Kinder. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne mich sowieso schon nicht mehr aus. Wer bist denn eigentlich du? Ah, Julen ist ja auch noch ein Kind. Okay, der weckt jetzt seine Mutter auf. Ja, macht einfach alle, was ihr wollt. Und Coriah ist gerade vom Abschlussball wiedergekommen. Und jetzt spielt sie hier mit High Heels Fußball mit ihrer kleinen Schwester. Das ist aber sehr, sehr süß. Und jetzt haben die beiden auch noch eine Stimmung erhalten. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es wachsen alle gleich nochmal mehr zusammen. Aber gut, ich werde jetzt einmal die Nacht durchspielen, denn wir haben morgen ja noch sehr viel vor. Und nun haben wir den nächsten Tag in der Früh. Heute ist immerhin Sonntag. Das heißt, es muss niemand zur Schule und auch niemand zur Arbeit. Das heißt, ich glaube, wir werden jetzt gleich mal Aluna einen Besuch abstatten. Und einfach schauen, ob alles in Ordnung ist. Also alles in Ordnung ist natürlich nicht. Aber einfach trotzdem die Familie besuchen und einfach einen Tag zusammen verbringen. Zumindest lebt Aluna hier jetzt noch mit ihren anderen vielen Kindern. Denn wir haben hier Hannah und Julia und Anissa. Ja, die waren ja in letzter Zeit noch sehr, sehr fleißig. Und jetzt habe ich natürlich vergessen, die ganzen Kinder mitzunehmen. Egal. Die schicken wir dann einfach manuell hin. Denn natürlich wird Jana nicht alleine kommen, sondern sie nimmt ihre ganzen Kinder mit. Und hier sind wir. Wer bist denn du? Oh, Anissa. Ja. Jana, stell dich mal bei deiner Schwester vor. Und natürlich musst du sie anschnüffeln. Wie könnte es anders sein? Und dann holen wir noch hier Coriah und dann noch nicht Julian, sondern Alaska und dann auch noch unseren Danny. Perfekt. Jetzt sind alle da. Coriah, du kannst dich mal mit Hannah unterhalten. Immerhin seid ihr im gleichen Alter. Oh, da steht die Urne. Oh Gott, warum steht die denn da? Ja gut, ähm, ich stelle sie einfach mal hier hin in die Ecke. Nur damit sie nicht so ganz im Wekerum steht. Ich weiß jetzt nicht, wo ich die sonst hinstellen könnte. Ja, das überlege ich mir noch. Und irgendwann hat es hier anscheinend auch gebrannt. Aber ich glaube, das ist schon länger so. Alaska, ähm, wo bist denn du? Alaska, warum redest du mit einem fremden Wehrwolf? Ob sie auch zu dem Rudel von Lou gehört? Also ihr wisst ja, ja gut, du kannst Fitness mögen. Ich plane am Ende ja die Story, dass sich der ganze Kampf zwischen den Rudeln verschärft. Und aus diesem Grund müssen eben Alaska und Regina dann flüchten. Also eigentlich müssen alle flüchten. Was dann mit den anderen passiert, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Das muss ich mir noch überlegen. Aber falls ihr da Ideen habt, immer gerne in die Kommentare schreiben. Aber auf jeden Fall könnte es sein, dass Sarah Teil von Lou's Rudel ist und sie eben ausspionieren möchte. Wir werden uns jetzt trotzdem mal respektvoll bei ihr vorstellen und einfach mal schauen. Okay, die reagieren alle auf das schreiende Kind. Oh ja, die ist natürlich auch voll traurig. Ist ja klar, immerhin ist ihr Vater verstorben. Ich würde gerne fragen, in welchem Rudel sie ist. Aber irgendwie können wir das nicht. Ja, egal. Ist ja nicht so schlimm. Iana wird sich aber auf jeden Fall jetzt mal mit ihrer Mutter unterhalten. Oh, da ist Aluna. Die ist natürlich auch komplett traurig. Warum können wir uns denn bei ihr entschuldigen? Iana, was hast du eigentlich schon wieder gemacht? Ich verstehe es nicht. Beschämt wegen schrecklicher Party? Iana kann nicht fassen, wie schlecht die Party gelaufen ist. Sie macht sich Sorgen, dass Aluna sie für unlustig hält und vielleicht nie wieder mit ihr abhängen will. Iana, ich glaube, diese Angst ist ein bisschen unbegründet. Aber okay. Dann geh einfach mal hin und versuch sie aufzumuntern. Wird vermutlich nicht funktionieren, aber wir können es ja zumindest einmal versuchen. Oh, wie süß. Jetzt umarmen sie sich. Dann setzen sie sich hier aufs Bett. Wir werden ihr einfach mal ein Kompliment übers Haus machen und in Wirklichkeit sagen, Mom, du wirst das irgendwie schon alleine schaffen. Ich weiß, du hast jetzt viele Kinder, aber Hannah ist immerhin auch schon eine Teenagerin. Die kann dir sicher auch helfen. Dann werden wir sie einmal wegen Ableben trösten. Warum müssen Sims eigentlich die ganze Zeit aufstehen? Und dann werden wir uns bei ihr entschuldigen. Oh. Ähm. Irgendwie versteht sie sich nicht so gut. Aluna? Warum schreist du deine Tochter die ganze Zeit an? Äh. Jetzt haben sie auch noch eine negative Stimmung. Iana ist verletzt. Iana fühlt sich von Aluna schlecht behandelt. Und wenn sie in der Nähe von Aluna ist, wird sie an diesen Schmerz erinnert. Hä? Ich wollte doch nur, dass sie einen schönen Tag miteinander verbringen. Und sie streiten schon wieder. Warum muss Iana immer mit allen streiten? Wir werden sie jetzt einfach nochmal umarmen. Und dann werden wir sagen, Mom, ich wollte eigentlich nicht zum Streiten herkommen. Ich wollte dir nur sagen, wie leid mir alles tut. Aber ich verstehe schon. Ich glaube, wir sollten wieder gehen. Und dann gehen sie wieder nach Hause. Das war jetzt leider kein sonderlich erfolgreicher Ausflug. Aber ich glaube, es hat doch allen gut getan. Auch wenn sie sich natürlich wieder gestritten haben, weil sie sich immer streiten. Zumindest haben sie ein wenig Zeit miteinander verbracht. Und ich glaube, Alas, Cariah und Danny lassen wir einfach dort. Die können noch eine ganze Weile bei ihrer Großmutter bleiben. Und Iana kommt aber wieder nach Hause. Und wir sind wieder da. Und hier haben wir jetzt unsere Lilly. Ich wollte ja mit ihr heute ein wenig den Tag verbringen. Und zwar mit ihr und Iana. Und das heißt, sie wird jetzt einfach mal zu Iana hingehen. Wo ist Iana denn schon wieder? Vor ihrem Computer. Wie könnte es anders sein? Dann wird sie sie einmal bewundern und einfach sagen, Iana, ich muss sagen, ich finde es wirklich großartig, wie du das alles meisterst. Eigentlich, wie wir das alles zusammen meistern. Wer hätte gedacht, dass wir zusammen einfach sechs Kinder aufziehen können? Wow, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, ich habe mich tatsächlich nicht verzählt. Jeder von ihnen hat drei Kinder. Und ich finde, die beiden machen das zusammen wirklich, wirklich gut. Oh, sie sind schon sehr, sehr süß. Attraktivitätsalarm. Warum ist Iana jetzt kokett? Attraktivitätsalarm. Wow, was für ein Sim. Iana Hemming hörte einfach auf, worüber sie nachdachte und bemerkte, dass sie Lilly hübsch anstarrt. Und diese Frau hat so viele Qualitäten, die das Herz von Iana höher schlagen lassen, als wäre es bei einem Cross-Country-Marathon. Oh, wow. Iana hat gerade einen Attraktivitätsalarm auf Lilly. Wow. Und deshalb fühlt sie sich jetzt auch kokett? Eine atemberaubende Begegnung wegen Sehen eines attraktiven Sim. Also ich würde sagen, das ist gerade die Definition von, man sieht sich plötzlich mit anderen Augen. Denn es ist eigentlich nichts passiert und auf einmal fiel Iana auf, wow, Lilly ist wirklich der schönste Sim, den ich jemals gesehen habe. Das passt tatsächlich sehr gut in die Storyline, die ich gerade einleiten wollte. Denn eigentlich, ja, ist Lilly gerade hier, um mit Iana zu sprechen und einfach zu sagen, hey, ich weiß, du hast in letzter Zeit sehr viel durchgemacht und wir hatten sehr viel Stress. Deshalb wollte ich dich fragen, ob du mit mir nicht einen Tagesausflug machen magst. Und zwar nach Tartosa. Ich habe dort nämlich ein Mietobjekt platziert. Eigentlich möchte ich zwar nur, dass sie einen Tag dort sind, aber dann sind sie jetzt eben einmal über Nacht dort. Und wer ist denn Maya? Ach, ich glaube, das ist ihre Schwester oder ihre Nichte. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall nehmen wir... Wieso können wir Iana nicht mitnehmen? Iana, kannst du das vielleicht planen? Lilly kann es irgendwie nicht. Urlaub nehmen. Oh. Tja, Iana kann leider nicht Urlaub nehmen, weil sie an der Uni ist. Ist egal, dann reisen wir einfach so hin. Dann ist es zwar nicht wirklich ein Urlaub, weil sie nicht dort übernachten, aber dann ist es halt wirklich nur ein Tagesausflug. Und zwar reisen wir einfach mal hier an den Strand. Und wie gesagt, wir nehmen Iana mit und dann werden die beiden den Tag miteinander verbringen. Ich finde es jetzt wirklich sehr spannend, dass Iana genau jetzt einen Attraktivitätsalarm auf Lilly hat. Denn ja, wie gesagt, ich hatte es ja auch so geplant. Das habe ich mir jetzt nämlich schon länger gedacht. Weil ich hätte natürlich gerne, dass Iana ihr Happy End bekommt. Und was soll ich sagen? Lou war es definitiv nicht. Und Iana ist noch immer unglaublich kokett. Lilly geht es gerade tatsächlich nicht so gut. Oh, geteiltes Leid. Weil Iana sich schlecht fühlt, fühlt sich jetzt auch Lilly schlecht. Ich hoffe, den beiden geht es bald besser. Iana, wo gehst du denn hin? Nein. Ihr geht jetzt hier zum Strand und dann können die beiden zusammen eine Sandskulptur bauen. Ja, ich finde das so süß. Und jetzt sind die beiden hier in Tartosa am Strand und bauen gemeinsam eine Skulptur. Irgendwie lustig, dass wir jetzt mit den beiden hier am Strand sind. Denn im letzten Part der 100 Baby Challenge sind wir auch mit der ganzen Familie an den Strand gefahren. Zwar nach Solani, aber ja, Strand ist Strand. Und eigentlich würde ich auch gern baden gehen. Aber ich weiß nicht, ob es hier nicht vielleicht zu kalt ist. Es ist Winter. Aber es ist warm. Naja, wie warm ist es denn? Oh, und Iana fühlt sich schon wieder nur kokett. Und jetzt überwiegt leider wieder die Traurigkeit. Aber Lilly wird jetzt einfach mal hingehen und wird einmal mit altem Freund schäkern. Oh mein Gott, wie süß ist diese Interaktion. Und einfach versuchen, Iana ein wenig aufzumuntern, ein wenig auf andere Gedanken zu bringen. Dann werden sie miteinander tratschen. Ich glaube zwar, das ist eine Tartosa-Interaktion, aber ist ja egal. Und Iana spricht natürlich schon über Techtelmechtel. Wie könnte es anders sein? Denn ich glaube, jetzt, wo sie auf einmal gecheckt hat, hey, ich finde Lilly echt gut, hat sie sich so gar nicht mehr im Griff. Und dann wird sie einmal versuchen, ihren Tag zu verschönern. Und jetzt haben sie eine Stimmung miteinander bekommen. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Und Lilly empfindet Iana tatsächlich nur als neutral aussehend. Ja, okay, vielleicht ist dann doch Iana die, die den ersten Schritt machen möchte. Warum hast du denn Müll mitgenommen? Ähm, ich habe absolut keine Ahnung, was das soll. Aber gut. Da ist einfach schon wieder ein Wehrwolf. Ich sage es euch. Ich muss diese Storyline gar nicht erfinden. Denn die Storyline findet nämlich uns. Wir werden jetzt schon von Wehrwölfen verfolgt. Die ganze Zeit. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, zu welchem Rudel sie gehören. Aber ich finde das schon ein bisschen verdächtig. Und ich glaube, unser Rudel würde uns auch nicht so verfolgen. Also die Moonroot-Kommune ist ja eine nette Kommune. Und da passt ja immer alles. Deshalb glaube ich kaum, dass die uns irgendwie beschatten würden. Das sind auf jeden Fall die Wildfangs. Und aus diesem Grund werden Lily und Iana jetzt gleich mal weiterreisen. Einfach weg von allen Wölfen. Immer schauen, dass man Abstand hält. Und zwar möchte ich hier hinreisen. Hier in diese Bar. Und natürlich reisen die beiden gemeinsam dorthin. Das ist eine super süße Weinbar, die ich in der Galerie gefunden habe. Und dort werden die beiden den Tag jetzt ausklingen lassen. Und hier sind wir. Du wirst Lily dort treffen. Alles klar. Warum ist da jetzt ein... What? Wieso ist die Mixerin ein Bot? Aber gut. Ja. Dann ist das eben so. Ist hier draußen irgendwo eine Bank? Ich würde mich gerne draußen irgendwo abseits von den anderen hinsetzen. Aber scheint so, als würde es das leider nicht geben. Lily? Musst du jetzt ein Nickerchen im Müllcontainer machen? Ist das dein Ernst? Ich glaube nicht. Ah, hier draußen können sie sich hinsetzen. Perfekt. Dann werden sie hier jetzt zusammen sitzen. Wer ist denn Ben Braun? Und was will der von dir? Ähm, gut. Ja, sag zu. Wenn du dich in irgendjemanden verknallt hast. Ich weiß nicht, wer du bist. Und Lily wird in vier Tagen tatsächlich schon zur Seniorin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Iana auch? Irgendwie dachte ich, Iana wird erst zur Erwachsenen. Aber nein, sie wird schon zur Seniorin. Oh wow. Die Zeit vergeht einfach so schnell. Aber andererseits ist es eh gut. Wir müssen dieses Let's Play endlich abschließen. Immerhin möchte ich endlich mit der Disney Legacy starten. Und dann sitzen die beiden hier und unterhalten sie jetzt noch ein wenig. Lernen sich einfach noch ein bisschen kennen. Dann wird Lily sie gnadenlos kitzeln. Warum sind meine Sims eigentlich immer so süß? Dann wird sie ihr ein von Herzen kommendes Kompliment machen. Ist das eine romantische Interaktion? Oh wow. Ich dachte nicht, dass das eine romantische Interaktion ist. Ich meine, ja, ich wollte die beiden verkuppeln. Aber nicht so plötzlich. Oh, die haben einfach eine romantische Leiste. Wie süß ist das? Auf jeden Fall wollte ich eigentlich, dass Lily sich jetzt traut, Iana zu fragen, ob sie sie auch in einen Wehrwolf verwandelt. Sie wird sie jetzt nämlich bitten, unter Einfluss des Fluches beißen. Denn wie ihr wisst, Teil der Challenge ist es ja, dass Iana einen Wehrwolf heiratet. Oh nein, Iana, komm wieder rauf. Das müsst ihr schon hier oben machen, wo niemand anders ist. Hier unten sind doch ganz viele Leute. Iana, bitte mach, was ich dir sage. Nein, 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 nein. Ah, ich sag's euch. Sims. Ich weiß nicht, was mit denen immer ist. Die sind so anstrengend, die können nie das machen, was ich ihnen sage. Vielleicht versteckt ihr euch auch hier drinnen. Hier sieht euch garantiert niemand. Geht zusammen hier rein. Perfekt. Hier sind sie jetzt, in diesem oberen Stockwerk der Bar. Fragt mich nicht, was das ist. Und dann wird Lily zu Iana hingehen und wird sagen, du weißt, ich bin schon so lange fasziniert von Wehrwölfen. Und ich glaube, ich bin bereit. Ich möchte selbst ein Wehrwolf werden. Und jetzt fragt sie sie das. Ich habe das noch nie gesehen. Oh Gott. Wieso mag sie sie jetzt nicht mehr? Ähm... Was passiert? Oh mein Gott. Das ist irgendwie wilder als gedacht. Aber jetzt ist unsere Lily anscheinend auch ein Wehrwolf. Zumindest verwandelt sie sich gerade. Sie fühlt sich energiegeladen. Es gibt eine neue Wölfin in der Stadt, weil freiwillig akzeptiert hat, unter Einfluss des Fluches gebissen zu werden. Lily freut sich darauf, eine Wehrwölfin zu werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre Zähne blecken und ihre Krallen wetzen kann. Oh mein Gott. Ist das großartig. Jetzt ist unsere Lily auch eine Wehrwölfin. Oder zumindest auf dem Weg dorthin. Iana, könntest du dich wieder zurückverwandeln? Okay, perfekt. Aber warum verlieren die denn jetzt Beziehung? Eigentlich ist egal. Die beiden mögen sich trotzdem noch unglaublich gern. Und da Lily jetzt auch ein Wehrwolf ist, wird sie ihr jetzt einfach sagen, um ganz ehrlich zu sein, Iana, ich muss es gestehen, du bist einer der Hauptgründe, warum ich zum Wehrwolf werden wollte. Ich finde dich einfach so großartig. Und ich glaube immer mehr, dass das zwischen uns beiden mehr als Freundschaft ist. Und dann werden die beiden noch ein bisschen flirten. Wie ihr seht, es ist jetzt natürlich noch nichts Ernstes. Sie nähern sich einfach einander an. Und jetzt kommt dieser Fan. Anne, wie Trievedi, geht's dir gut? Was ist mit deinen Augen? Irgendwie sieht es so aus, als wäre sie in eine sehr wilde Schlägerei geraten. Aber gut, die beiden haben sich jetzt einander angenähert, sind einander eben auch auf andere Art und Weise jetzt näher gekommen. Schreibt mir natürlich gern in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde die Storyline von dem her sehr gut, weil die beiden wirklich gut befreundet sind und sich wirklich gut kennen. Und wenn man jetzt mal an alle anderen Menschen in Ianas Leben denkt, ist Lily, finde ich, die einzige, auf die sie sich immer verlassen konnte. Da gibt es Lou, der anscheinend in der Nähe ist. Okay, nein, doch nicht. Da gibt es auf jeden Fall noch diesen seltsamen Mike, der ja ein Alien war und ich glaube auch einige Male ausgenutzt hat. Also er hat sie so verzaubert. Warum stirbt denn hier jetzt? Okay. Hier stirbt gerade ein Mann. Wir haben nichts damit zu tun. Ich schwöre es euch. Okay. Gut, auf jeden Fall. Gab es ja nur Lou und dann gab es noch diesen Mike und die waren beide alles andere als gut zu Iana. Dann gab es noch seiner, ihr. An dem war Iana ja immer interessiert oder ist sie angeblich noch immer, nur weil sie ihn schon ewig nicht mehr gesehen hat. Der ist mittlerweile aber verheiratet und ist ja auch der Vater von Lillys Kindern. Wer ist denn Mai? Aha, Iana steht auch auf Mai, aber Mai ist asexuell. Ja. Ich habe schon wieder ganz vergessen, dass Iana in ihrer Jugend relativ wild war, denn auf Rory stand sie ja auch mal. Ja, und die findet sie auch sehr attraktiv, aber die verabschreuen sich ja. Oh mein Gott, Iana. Wie sollen wir uns da auskennen? Und Fabian gab es ja auch noch. Die hatten ja eine Techtel-Mächtel-Partnerschaft miteinander. Okay, Iana hat tatsächlich sehr viele Leute kennengelernt und das hat sehr oft nicht funktioniert. Und hier kommt jetzt auch noch der Sensen-Mann. Was ist das eigentlich für ein Part? Und Iana und Lilli weinen, obwohl sie diesen Mann nicht kennen. Es ist wirklich wild, was hier abgeht. Aber Lilli fühlt sich dennoch verspielt. Einfach nur, weil sie in Ianas Nähe ist und es scheint den beiden damit gut zu gehen. Auch wenn es gerade nicht so aussieht, weil sie um einen fremden Mann trauern. Es geht ihnen eigentlich wirklich gut damit. Und an dieser Stelle werde ich den Part dann auch schon beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!